gute biker liebe leute so einfach klärt man das ist immer ein haken an der sache so da einladung sind alle aus kinofilm über dich da will doch keiner sehen erstmal deabonniert spaß für mich ist youtube kein kampf zum spaß mache ich doch genauso deswegen kommt das selten was youtube um youtube als kampf zu sehen bist du schon viel zu spiel dran heute jetzt wäre ja kein let's play ich mache alles möglich jeden scheiß das war gerade sogar die richtige bezeichnung jeden scheiß na ja wir haben schon helium geschluckt aber meistens hat sich kommen diese video sie kommt doch nicht besser als letztes abgesehen davon meine technik videos kommen am besten an wenn ich irgendwelche technik hier gibt es halt tausend gibt es zigtausende und als gerade so wie sagt wir live und alles drum und dran die sind immer besser oder diese fan videos hatte ja ich habe ja auch noch einen zweiten kanal den ich aber momentan nicht weiterführe weil ich habe auch noch einen zweiten kanal den ich irgendwann mal aufbauen will wenn ich mal vom let's ich will ja vom let's play bis hinweg ich will ja richtung los place gehen ich habe noch einen paintball kanal aber ich komme nicht mehr zum beispiel ich komme ja wir haben es schwierig weg zu kommen oder wissen was rauskommt aber deswegen meine meine let's play laufen werden weiter laufen klar dass keine zeit ist zusätzlich das kommt dann aber unregelmäßig also dem play ist auf ja so ziemlich täglich was denn ich höre eine kohle irgendwas anderes könnte auch ein bier sein das war es ein sehr sehr großer streamer in deutschland auch mal dringend sein das nicht monte wer auch immer was ist mit dem pudding was bitte keine werbung für andere let's player bei dem kanal dankeschön die machen keine werbung für mich also ich habe kein moment ist klar ich glaube kein let's player der streamer ich weiß jetzt der legende ich kenne ihn nicht also vom namen her ja aber nicht verfolgt dann zurück sich ich habe so meine bestimmten players je nachdem wo ich daraus bock habe zu gucken wie gesagt ich habe kein problem mit hasen muss pudding also ich hätte sogar sehr lecker aber auch nur die originalmischung es gibt ja gar nicht von dem discount da gibt es alle von manchen discounten gibt es ja diese eigenmarkt von jedem supermarkt eine eigene und ich finde halt wirklich nur das original wo steht mein auto schon wieder ja die stehen hier oben am arsch der welt also wir sollen zum clubhaus jetzt fahren zu den bikern uns die vier motorräder daraus fischen fischen ja fisch fisch habe eine angel mit aber ein bisschen aufpassen auf jeden fall wie gesagt das kann man sitzen bleiben vielleicht willst du steigen von meinem auto sitzen ja du kannst im auto sitzen bleiben und die gegner die leute daraus schießen du kennst die mission doch oder nicht ja ich kenne alle heißt schon ist auf den weltuntergangs heißt den habe ich noch nie kommen ja den machen wir auch auf jeden fall noch den machen wir auf jeden fall auch noch ich vielleicht sogar danach ich weiß es noch nicht aber ja ich denke mal die kapitänzinger machen oder und dann machen wir danach die die kapitänzinger und dann wollten wir erst mal noch meine penthouse mission machen ja oder so wie auch immer wir heute noch die schlitzer dinge machen und alles nur dran aber die machen wir dann vielleicht nächste woche wenn man wirklich noch mal zwei leute mehr sind also immer in den nächsten folgen also wir kleiner tipp übrigens wenn ihr mit dem motorräder nachher rausfahrt fahrt nicht direkt linker rechts sondern fahrt geradeaus die den außenweg weiter das haben sogar meine nachbarn gehört so wenn alle da sind können kann man dann loslegen gut das war gab ich das wort und sonntag war es mein lieben war es wort und sonntag aber ja nicht das lieben ja gut sie können halt jetzt kein nachschub wollen und leuten was machen wir hier überhaupt was haben wir hier für die barrikade gemacht auf jeden Fall müssen hier irgendwo noch zwei leute sein oder haben wir alle hier in unserem haus ja ich habe hier auch noch welche ja noch hier stehen er konnte ich habe ich habe ja auch noch ein gehabt und dann ist ruhe so jetzt sind alle weg ja das auto vielleicht weg stelle gut geht ja dies dies bohrt immer eine gewisse zeit motorrad fahren ja das sind die blauen punkte ok dann ziehen wir raus ich kann überhaupt nicht damit fahren ihr könnt auf l3 übrigens nitro zünden also so den elektro boost sind ja alles klar da fliege ich ja noch weiter weg als jetzt alter die npc mit ihrem rüber geht es hier immer nein in dem moment lässt du natürlich stehen mit deinem auto auf hatte das sind tausend scheiße falsche einfahrt rein gefahren oh mein gott ja wir sollten wo die schranke ist rein du warst grad schon richtig ich bin total lost hier die einfahrt war schon richtig gerade ich war das nicht gerne war ach ja hier runter und dann rum ja ja genau ja es war das die plan als ich die links und ich habe ja unten die hütte ja noch zur not schmussen die wollen das wird das wird dann lustig haben mit den dingen an abhauen müssen müssen wir haben eine fliege müssen dann fliegt es wird auch ein motorrad enrico wo bist du hallo bis er ja wir brauchen das jetzt ein motorrad mitbringen müssen kollege dass ich habe das falsche motorrad mitgenommen wir müssen noch mal müssen jetzt das letzte wort das letzte motorrad steht tatsächlich tatsächlich da hinten ja egal ist das überfahren würde du hast ja ich war schon alles gut so leben natürlich habe ich sie ganze feine wieder hier in der wacke kleben weil ich rausgefahren bin ich muss jetzt gucken dass ich das jetzt ein motorrad geholt bekomme ich habe nicht bewundern wir uns warum warum bewegt sich der blaue punkt nicht der noch bei dem bei den los ist ja du bist mir aber genau dem moment wo ich rumgefahren bin und entgegengekommen ich dachte mir ja komm fahr alles gut du kannst fahren ich muss essen so der typ ist weg deswegen haben wir vorhin gesagt nicht hier lange frauen richtig normalerweise fährst du dann eine weiter gerade ausdruck da hast du weniger feinde du fährst ja die folge auf die hauptstraße aber es ist schlimm so jetzt ist ja durch da war ein wenig wenig genau genau durch unter und dann wo das rote tor ist rechts 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 genau und dann die erste einfach rechts und dann hinten durch da ist eine geburt warum bewegt sich das motorrad ich kann ich gar nichts dafür dass ich gestorben bin du hast das falsche motorrad dabei gehabt alles gut ist ja nichts dramatisches passiert wenn man mal fehlt vor allem wenn man sich kennt wir haben sie ja wahrscheinlich alle tausend mal gespielt ja und ich habe genau wieder das gleiche motorrad gefahren aber wieder das gleiche motorrad wie letztens das falsche aufgehoben aber ich bin aber in dem moment wo der raus wollte bin ich mit dem auto um die hecke habe der genau mitgenommen das geht nicht anders so gut dann haben wir das auch mal geschafft ich packe mein auto mal unten wohl wir brauchen es ja nicht ich will es ja gerne machen also sie wollte doch die rea auf die richtige tour machen quasi mir ist das doch wurscht ne alles gut dann war ich habe halt nur meinen wollen wir kritisieren immer an den gruppen dass das ja alles gut nein ich mache es ich war aber zum normalen department alles gut ich weiß halt nur nicht ob es geht noch aber normalerweise geht das aber okay dann zeigen wir uns tatsächlich jetzt im finale dann also das heißt jetzt im finale sondern in nächsten folge äh dann den ja und glaubt mal die wird nicht ganz ohne werden die mission das kann ich jetzt schon mal das kann man jetzt schon mal versprechen vor allem aufpassen dass man nicht so oft getroffen weil mit dem schuss verliert man geld ja genau so ist es okay ich bleibe einfach ganz weit hinten stehen ich geh einfach nicht rein du hast 5 sterne instant du musst mich echt aufpassen ja und einer hat das geld glaube ich ne ich glaubt der zwei glaube ich haben in taschen zwei gelder zweimal geld ja wir brauchen noch zwei bewahrer und ich glaube du brauchst auch nicht tatsächlich alle vier motorräder du brauchst glaube ich zwei motorräder reichen du musst halt die zwei geldtaschen abliefern hacker sprenger und zwei bewahrer waren sich weißt du so wie jetzt wir werden es jetzt gleich sehen wir was machen aber nicht jetzt üblich d